Und es geht los mit Kozolowski beim Service. Deutschland TV und dann auch mitlesen, falls es da irgendwelche Fragen, Kommentare oder ähnliches geben sollte. Beziehungsweise diese Stütze da trägt für die Patella-Szene. Na, kommt jetzt ein bisschen besser rein. Und das ist ein langer Aufschlag. Eigentlich noch gut geholt. Das ist sehr, sehr ärgerlich jetzt. Der sich hier gut zurückmeldet mit dieser Rücken. Da ist man natürlich dann in der Favoritenrolle. Das ist unglaublich gut. Das ist spektakuläres Tischtennis. Falk bleibt vorne im Block. Halb Flip, halb Topspin. Sieben Matchbälle für den Bremer Pflichtsieg. Hat er gut gemacht. Gute Leistung von Matthias Falk. Klares 3 zu 0 gegen Olaf Kozolowski. Gute Leistung von Matthias Falk. 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 Gute Leistung von Matthias Falk.